Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass wegen der Corona-Krise Tausende von Kollegen und Kollegen auf die Straße geschickt werden. Wir sind hier am Standort Diehl-Hamburg beim Warnstreik und die Kolleginnen und Kollegen haben von allen Standorten, von der Firma Diehl in Hamburg mitgezogen. In erster Linie geht es den meisten Mitgliedern hier am Standort Hamburg um Zukunftssicherheit. Wir brauchen die vier Prozent. Das heißt Zukunft und vernünftiges Gehalt. Die Kolleginnen und Kollegen waren da und haben mitgezogen. Das heißt Zukunft und vernünftiges Gehalt.